Musik Ja, ich weiß nicht, wer es erkannt hat. Das war gerade ein Riff der bekannten holländischen Band Fokus, das Stück heißt Hokus Pokus, in leicht abgewandelter Form. Und Fokus ist ein Beispiel für eine Musikrichtung, die es in England und dann später auch Kontinentaleuropa und Amerika gegeben hat, ab Ende der 60er Jahre, Progressive Rock. Und da gibt es natürlich auch ganz viele tolle Beispiele, die sehr gitarrenspezifisch sind, weil in diesen ganzen Bands, die man da so kennt aus dieser Richtung, auch oft ganz tolle und originelle Gitarristen gespielt haben. Und da möchte ich euch ein paar Beispiele so ein bisschen näher legen. Ich habe also drei Beispiele. Dieses eine von Fokus, dann Genesis und auch was von King Crimson. Und da kriegt man vielleicht schon einen ganz guten Eindruck, was da so möglich ist in dieser Richtung und in welche Richtung das gehen könnte. Ich würde mich freuen, wenn wir uns sehen beim Workshop 4.17 des Acoustic Players. Bis zum nächsten Mal.